Musik Der SVT, der ICE des Ostens, in einer Werkshalle in Dresden. Immer wieder samstags, einmal im Monat, treffen sich Unterstützer, die in ihrer Freizeit den 160 kmh-schnellen Vorzeigezug der Reichsbahn wieder zum Laufen bringen wollen. Begonnen haben diese zwei, die Eisenbahner Mario Lieb und Ingo Camossa aus Leipzig. Sie haben das Projekt 2019 gestartet. Zunächst wurden sie belächelt mit ihrem Plan, den mehr als 50 Jahre alten Zug wieder zum Leben zu erwecken. Und das ist der letzte Betriebstag gewesen am 12.04.2003. Doch jetzt werden es immer mehr, die bei den Arbeitseinsätzen dabei sind. Eine wahre Gemeinde ist entstanden, rund um den Schnellverkehrstriebwagen, den SVT. Eisenbahner, die noch mit dem Zug gefahren sind, junge Menschen, die dem Mythos SVT nachspüren. Sie alle wissen, dass es noch unendlich viele kleine Schritte braucht. Doch schon jetzt ist das Projekt ein Stück weit zu einem Selbstläufer geworden. Es geht voran. Also ich freue mich auch. Wir haben auch wieder Kollegen aus Berlin dabei. Wir haben Kollegen aus Lichtenfels dabei. Aus Görlitz sind auch ein ehemaliger Waggonbauer heute gekommen, der diesen Zug als Lehrling schon mitbetreut hat. Die Kollegen aus Leipzig sind da. Auch viele von der Deutschen Bahn, die uns hier unterstützen. Aber eben auch Privatunternehmen, die jetzt kommen. Jetzt hat es gerade geknallt hier hinten. Und da freuen wir uns natürlich. Wir freuen uns auch weiterhin über Zuspruch, über Leute, die uns gerne unterstützen. Dabei sind es auch solche Aktionen, die immer wieder motivieren. Matthias Schubert und seine Mitstreiter aus Pulsnitz haben den SVT aus Holz nachgebaut und präsentieren das Modell exklusiv am Original. Ingo Kamosa hat seine Lebensgefährtin Jenny und Sohn Finjos stets an seiner Seite. Samstag für Samstag. Und auch sie sind mit allen Sinnen dabei. Jenny, was bringst du denn jetzt hier Schönes an? Schönen Kuchen. Ja. Ein SVT-Kuchen. Den hat eine Freundin von uns gemacht. Genau, in Leipzig. Die macht solche schönen Turten. Der ist aus Dinkel. Mit so einer Sahnecreme drinne und dann draußen so einer Marzipanhülle. Jenny verrät ein Geheimnis. Sie ist die geistige Urheberin des SVT-Projekts. Ja, ich hatte die Idee dazu. Also früh an einem Küchentisch beim Gespräch habe ich so gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir den alten SVT retten? Der, also mir hat mein Mann erzählt, der steht in Nürnberg in dem Museum. Und ich sagte, ach, das wäre doch toll, wenn der mal fahren würde. Genau. Und so nahm die Sache ihren Lauf. Was fasziniert Sie an dem Zug? Das Design, das alte, also dieses formschöne Design. Das, was einfach heute auch noch aktuell ist. Und ja, das hat mich sehr angesprochen. Und du hast auch gespendet, glaube ich, für den Zug. Die erste. Die erste Spende habe ich gespendet. Ich habe vier Euro gespendet. Und ein Matchbox-Auto. Phineas fand, dass der Zug einfach zu traurig ausgesehen hat. Die Lichter waren nicht mehr an. Und ich habe die Spende für diese Lichter gegeben. Auch die Spitzenbeleuchtung geht wieder. Das heißt also, wir haben letzte Woche schon mal probeweise von dem Zug die Augen aufgeschlagen. Und das hat zu einer nicht, ja, nicht kleinen Reaktion auch in den sozialen Medien geführt. Also es war wieder so ein kleiner Meilenstein, wo die Leute auch äußerlich sehen können, aha, es kehrt wieder Leben ein in das Fahrzeug. Das regt die Fantasie der Akteure an. Sie wollen, dass der SVT wieder bis nach Prag und Wien fährt. Wie in den 60er und 70er Jahren, als der Vorzeigezug der Deutschen Reichsbahn mit Geschwindigkeiten bis 160 kmh über die Gleise fuhr. Als Carlex nach Karlsbad, als Neptun nach Kopenhagen, als Windu-Bona nach Wien. Der SVT stand für ein Gefühl der Freiheit und strahlte einen Hauch von Luxus aus im Arbeiter- und Bauernstaat. Nach der Wende war der SVT als Sonderzug unterwegs, bevor er 2003 dann endgültig abgestellt wurde. Was Ingo Camussa und Mario Lieb im Jahr 2019 in Lichtenfels in Oberfranken vorfanden, war etwas mehr als ein Haufen Schrott. Sie beschließen den ersten Schritt. Den Zug überführen und in einer Halle in Dresden trocken unterstellen. Startschuss März 2019. Die Herausforderungen sind eigentlich die Steigerungsverhältnisse. Wir müssen über Frankenwald. Weil wir ja hinten diesen Zug dran haben, 300 Tonnen ungebremste Masse. Aber wir haben zwei Lokomotiven, wir haben genügend Bremswagen. Und wir haben Kollegen auf dem Zug, die genügend Erfahrung haben, dieses Fahrzeug heile von hier über den Frankenwald nach Dresden zu bringen. Der Überführungszug sieht eigenwillig aus. Zwei Loks, ein Bauzug, Waggons und dann der SVT. Ohne Antrieb und ohne Bremsen hängt er dazwischen. 300 Tonnen, die erst einmal über den Berg müssen. Auf den rund 400 Kilometern zwischen Lichtenfels und Dresden ist der erste Teil der Strecke der schwierigste. Auf der sogenannten Frankenwaldrampe zwischen Kronach, Steinbach am Wald, Probstzeller und Saalfeld geht es rauf und runter. Zunächst auf knapp 600 Höhenmeter bis Steinbach am Wald und dann 400 Meter steil runter bis Probstzeller und Saalfeld. In der Steigung wird der Zug immer langsamer. Sven Klopp überwacht die Fahrt auf dem Führerstand des SVT und ist im Geist bei den beiden Chemnitzer Lokführern. Die beiden Kollegen mussten jetzt den Berg hoch ganz schön kämpfen. Kämpfen in dem Sinne, dass sie ins Getriebe keine Übertemperatur bekommen. Mit gerade mal 30 kmh schleppt sich der Zug hinauf. Jetzt sind wir an Steinbach am Wald. Das ist der höchste Punkt der Frankenwaldrampe. Jetzt geht es Richtung Probsteller, nur noch bergab. Was aber auch seine Tücken hat. Was seine Tücken hat hinsichtlich des Bremsens, wie ich vorhin schon sagte, dass man hier jetzt aufpassen muss, dass man die zulässige Geschwindigkeit nicht übersteigt und so bremst, dass die Räder nicht überhitzen. Bei der Talfahrt riecht es nach verschmortem Kunststoff, der Abrieb von den Bremssogen. Doch die steilsten Abschnitte der Strecke sind bald überwunden. Haben sie gut gemacht, alle beide. Kann man nicht sagen, erfahrene Lokführer. Und für solche Überführungen kann man auch nur erfahrene Lokführer nehmen. Das kann man Anfänger nicht machen. Das geht sonst in die Hose. Mario Lieb wartet in Dresden auf den Zug. Er soll in dieser Halle am Bahnhof Dresden-Altstadt untergebracht werden. Und er kommt pünktlich. Das Schätzchen hat gehalten. Es ist alles gelaufen. Wie ein Urwärm. Das ist gut. Die Jungs sind gefahren. Die Fahrt aus dem Frühjahr 2019 mit dem Graffiti-besprühten Triebwagen, sie ist vielen noch immer gegenwärtig. Die Überführung des SVT hat auch die Modellbahner nicht kalt gelassen. Beim Club in Königsbrück haben sie die Fahrt nachgestellt. Mit den gleichen Graffiti wie beim Original. Die Idee dazu hatte Clubmitglied Andreas Haufe. Die V100 an der Spitze des Zuges hat er sich von Kumpel Timo geborgt, das Modell des SVT extra gekauft und umgebaut. Als erstes hat er den Antrieb entfernt, anschließend ging es an die äußere Umgestaltung. Ich bin auch in die Halle gefahren, wo der Zug derzeit abgestellt steht. Habe von dem Original Fotos geschossen und habe die dann zu Hause über den Computer mir angeguckt, das Modell daneben hingelegt. Und dann mit Stift und Pinsel habe ich mich bewaffnet und das Graffiti eins zu eins abgemalt. So einfach wie es klingt, war es allerdings nicht. Immerhin musste für das Vorhaben ein nagelneues Fahrzeug mehr oder weniger verunstaltet werden. Ich hatte auch lange hin und her überlegt, machst du das, machst du das nicht. Weil 250 Euro sind natürlich doch eine Stange Geld. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, das zu machen. Aus dem Grund, weil ich gerne den SVT in live wieder fahren sehen möchte. Und so viele Menschen wie nur möglich auf dieses Projekt hinweisen möchte. Der Sächsische Modellbahnclub wurde 1994 gegründet. Normalerweise sind auf seiner H0-Anlage andere Reisbahnzüge unterwegs. Durch eine Landschaft im Stil der 70er und 80er Jahre. Mit vielen Details neben den Gleisen. Doch zur Zeit dreht sich fast alles um den Zug für Mitteldeutschland. Um das Projekt zu unterstützen, lassen die Königsbrücker ihren kleinen SVT auf Messen und Ausstellungen rollen. Die Reaktionen waren überwiegend positiv. Einige haben zwar gesagt, ah, so ein teures Modell und es ist ja schade drum. Aber gerade bei den SVT-Stand auf den Messen, die Leute haben immer gesagt, Mensch, das sieht doch gut aus, das Modell. Ist zwar schade, dass er im Endeffekt so aussieht, aber man kann auch den Leuten am Modell zeigen, wie das Original jetzt aussieht. Weil viele haben nicht die Vorstellung, was knapp 20 Jahre Abstellung so ausmacht an dem Zug. Fast alle Clubmitglieder sind beim großen Projekt dabei und legen in der Dresdner Halle regelmäßig Hand an den Zug. Sie glauben fest daran, dass der SVT wieder aus eigener Kraft rollen wird. Wie hier im Modell. Wenn es so weit ist, würde Andreas Haufe den berühmten Triebwagen gern einmal selber steuern. Er ist gelernter Lokführer. Das wäre mein großer Traum. Also in mir steckt auch Blut drin durch meinen Onkel. Der hat den früher mal gefahren und ist auch noch Lokführer bei der Bahn. Und dadurch ist auch der Ehrgeiz wieder in mir erweckt, den Zug selber zu fahren. Deshalb freut sich Andreas Haufe schon auf seinen nächsten Arbeitseinsatz. Damit der Zug bald nicht mehr so aussieht, sondern endlich wieder so. Wie in seinen besten Tagen. Noch aber bietet sich dieses Bild in Dresden. Baustelle SVT. Im Speisewagen schmieden Ingo und Jenny Pläne. Hier soll wieder gekocht werden. Wir wollen eigentlich diesen Speisewagen wieder zu dem machen, was er früher immer war. Etwas Besonderes. Dazu gehört natürlich auch eine besondere Küche. Ja, natürlich. Das ist, also Hausmannskost ist geplant, da anzubieten. Und die gute alte Küche. Mit dem originalen Geschirr, was zum Metropa gehörte. Und damit der Gast sich so ein bisschen in diese Zeit begeben kann, wie er damals gereist ist. Natürlich kommen auch die gastronomischen Wünsche der Reisenden nicht zu kurz. Der Speisewagen rollt in der Mitte des Zugverbandes und bietet 23 Fahrgästen Platz. Mitropa-Küche im SVT in den 70er Jahren. Mitropa. Ein Name, der fast 90 Jahre für Küche auf Eisenbahnrädern stand. Mit unterschiedlicher Qualität. Helmut Becker war bis 1982 Chefbuchhalter bei der Mitropa. Jetzt ist er bei den Freunden der Mitropa in Berlin-Schöneweide. Dem Verein gehört ein Originalspeisewagen mit stilechtem Zubehör. Wir haben also hier wirklich Originalgeschirr, das bei der Mitropa zum Einsatz gekommen ist. Sie sehen es also dann schon einmal an der Beschriftung mit diesem typischen Mitropa-Schriftzeichen. Und wenn wir uns also den Hersteller angucken, das ist also Kala Original DDR. Die Geschichte der Mitropa beginnt aber weit vor den Zeiten der DDR-Reisbahn. 1917 ist die Mitteleuropäische Schlaf- und Speisewagenaktiengesellschaft, kurz Mitropa, gegründet worden. Schnell wächst das Unternehmen und hat in den 30er Jahren seine Blütezeit. 319 Speise und 189 Schlafwagen gehörten 1935 zum Bestand der Mitropa. Sie wurden auch auf den internationalen Verbindungen eingesetzt. In Zügen wie dem Rheingold bot das Personal in den Pulmen und Speisewagen Essen und Service auf höchstem Niveau. Mit allem, was damals dazugehörte. Die behaglich ausgestatteten Mitropa-Speise- und Schlafwagen gleichen einem gepflegten Hotel auf rollenden Rädern, das alle Bequemlichkeiten bietet. Doch die Mitropa wollte buchstäblich noch höher hinaus. Die Mitropa hat also versucht, andere Geschäftsfelder zu eröffnen. Da war also einmal die junge Lufthansa, die sich etabliert hat. Und der erste, heute würde man sagen Stuart, der Lufthansa, damals war er noch Flugbegleiter, war ein ehemaliger Kellner der Mitropa. Und so ging es rauf über die Wolken. Die Mitropa bewirtet die Gäste der Lufthansa. Lange vor der Erfindung von Touristenklasse und Billifliegern. Das jähe Ende kommt mit dem Zweiten Weltkrieg. Die Hälfte aller Waggons ist zerstört. Die ersten Schlaf- und Schweisewagen, die 1945 wieder rollen, sind den Alliierten vorbehalten. Die Teilung Deutschlands bahnt sich an und damit steht die Mitropa am Scheideweg. Auch dann mit der Gründung der ehemaligen DDR hat sich also dann auch die Mitropa im östlichen Teil Deutschlands als Mitropa etabliert. Und es ging also schrittweise dann wieder los. Der fliegende Hamburger ist wieder da. Nach jahrelanger Unterbrechung konnte er jetzt, dank den Bemühungen der Reisbahndirektion der Ostzone, von Berlin zu seiner ersten Nachkriegsfahrt starten. Der dreiteilige Schnelltriebwagen ist modern eingerichtet und bietet seinen Passagieren alle Bequemlichkeiten. Einschließlich Mitropa Speisewagen. Im Westen wird die DSG, die Deutsche Schlaf- und Speisewagengesellschaft, gegründet. Nach und nach werden wieder Speisewagen angeschafft, das Programm verbessert, der Service ausgebaut. Bis dann ein neuer Trend Einzug hält. Selbstbedienung heißt das Zauberwort. Der Speise wird zum Buffetwagen. Lunch im Quick Pick, Musik untermalt, vermittelt neues DSG-Gefühl. Ingenieur und Designer schickten sich an, das rollende Restaurant mit Selbstbedienung zu konzipieren. Zunächst nur drei an der Zahl, um den Zuspruch der Reisenden zu testen. Ob warmes aus dem Mikrowellenherd oder kaltes aus der Klarsicht-Kafeteria-Wand, man lädt's aufs Tablett und zahlt im Vorbeigehen. Guten Appetit! Den hatte nicht jeder. Die Speisewagenkultur hatte mit den Anfangsjahren der Mitropa nicht mehr viel gemeinsam. Auch als nach der Wende bis 2006 die Mitropa wieder in ganz Deutschland für die Speisen im Zug verantwortlich war. Bei der Reisbahn waren es die Städte-Express-Züge, die noch einmal an alte Mitropa-Zeiten anknüpfen wollten. Sie fuhren bis in die 80er Jahre. Immerhin ein ansprechendes Ambiente. Immerhin frische Speisen. Bei diesem Städte-Express-Zug steht nicht der Mitropa-Speisewagen im Vordergrund. Die Modellbahnanlage von Jens Werner hat sich den Reisbahnzügen zwischen 1945 und 1990 gewidmet. Und so begegnen sich dabei auch mal Städte-Express aus den 80ern mit dem SVT aus den 70er Jahren. Darüber hinaus fahren noch rund 70 weitere Züge auf Werners Anlage in Glauchau. Genug Platz hat er dafür. Seine Modellbahn ist im Laufe der Jahre auf die stattliche Größe von 33 Quadratmetern angewachsen. Ich wollte gerne eine lange Strecke, eine Paratestrecke haben, wo wir schön lange Züge fahren können. Und ein großes BW, wo man ein bisschen rangieren kann mit den Lokotiven und eine kleine Nebenbahn noch. Und dann entsteht eben so eine Anlage in der Größe ungefähr. Ein Highlight solch riesiger Anlagen sind die langen, geraden Strecken. Auf denen wirken große Loks mit vielen Wagen am Haken besonders gut. Gesteuert wird in Glauchau natürlich digital. Doch die Bahn ist so groß, dass die einzelnen Anlageteile nicht auf einem einzigen Bildschirm dargestellt werden können. Da auf der Anlage über 500 Meter Gleis verbaut sind, habe ich mich entschieden dafür, den Hauptbahnhof auf einem Bild, die Hauptstrecke auf einem Monitor darzustellen und die Nebenstrecke auf einem anderen Gleisbild. Auch mit der Gleiswendel, wo die ganzen Lokmotiven stehen, die Züge für die Nebenbahn und einem weiteren Gleisbild für das BW. Und die ganzen Lokmotiven in den Ringlokschuppen stehen, die dann rausfahren ins BW und da bekohlt werden und dann für den Lokwechsel bereitstehen, um die Loks umzuspannen. Mit ihren Ausmaßen ist die Modellbahnanlage größer als manches Studenten-Apartment. Eine gewaltige Fläche. Dabei verfährt Jens Werner nicht nach der Devise Masse statt Klasse. Er hat immer auch ein Auge fürs Detail. Wie hier an der kleinen Station seiner Nebenbahn. 70 verschiedene Züge rollen über mehr als 300 Weichen. Wenn der Modellbahn-Chef alle Züge ins Spiel bringt, dann vergehen Stunden, bis eine Lokomotive aus dem Schattenbahnhof wieder auftaucht. Zustände, von denen viele Modellbahner träumen. Doch Jens Werner ist das Fahren am Ende gar nicht so wichtig. Das Programmieren macht mir mehr Spaß oder was austüfteln oder irgendwelche Sachen. Eben das Tüfteln. Das ist spannend, finde ich. Wenn man da irgendwie was geschafft hat, was auch andere Leute noch nicht haben, wo man was Neues präsentieren kann, wo die anderen dann immer staunen, was man doch alles machen kann. Und zum Staunen gibt es viel. Dass die Lokomotiven mit Sound auf den Gleisen unterwegs sind, versteht sich von selbst. So etwas ist bei Digitalbahnern heutzutage Standard. Aber Werner ist auf der Suche nach der perfekten Illusion einen Schritt weitergegangen. Wenn seine Güterzüge anhalten, dann machen die Wagen sogar ein Bremsgeräusch. Auch fürs Rangieren im Bahnbetriebswerk hat er sich etwas einfallen lassen. Die eine Lok, die fährt aus dem BW los, holt den einen Wagen ab, bringt den ins BW, stellt den kurz ab und holt den anderen Wagen. Das mache ich bei einem Tastendruck. Läuft das Programm an und dann läuft das eine Viertelstunde, bis die ganzen Flugfahrten abgearbeitet sind. Und dann fährt ich wieder auf ihren Ausgangspunkt zurück, die Lok. Wenn man sich alles Gedanken macht, wie die einzelnen Schritte gehen müssen, die einzelnen Zugfahrten schreiben, dann die Gleise anpassen mit dem ganzen Rückmelder, dass die Rückmelder alles stimmt, dass man auch immer von den belegten Melder in den unbelegten Melder fahren kann, dass das Programm das auch freigibt. Dann muss man sich auch mal viel Gedanken machen und das erstmal alles durchspielen und dann auf dem Programm simulieren, ob das alles funktioniert. Und dann umsetzen in die Praxis. Und das ist dann meist noch viel schlimmer, noch viel schwieriger. Doch aufgeben ist für ihn keine Option. Seit 20 Jahren baut er an der Anlage. Und bis jetzt hat er noch für jedes Problem eine Lösung gefunden. Die Bahn von Jens Werner ist ein wahrgewordener Modellbahntraum im Maßstab 1 zu 87. Und sie bietet eine ideale Bühne für die Stars der DDR-Reichsbahn. Für den orange-beigefarbenen Städte-Express, für die 18201, eine der schnellsten Dampfloks der Welt und natürlich für das weiste Stück aus Görlitz, den SVT. Hier ist Werner der Wirklichkeit etwas voraus. Sein Modell rollt aus eigener Kraft über die Schienen. Anders sieht es noch in Dresden aus. Eine Lok rangiert den Zug. Christian Otto ist aus Berlin gekommen. Viele helfen mit, den Zug neu zusammenzustellen, damit die Arbeiten an der Bremse vorangehen können. Bald soll es eine TÜV-Prüfung geben. Und einige schauen einfach gerne zu, wie andere arbeiten. Christian Otto und Ralf Ritter sind als Lokführer noch auf dem SVT gefahren. Die Atmosphäre in Dresden begeistert sie. Man hört es ja an dem Lärm im Umfeld. Hier wird gearbeitet, hier tut sich was, hier bewegt sich was, hier geht was vorwärts. Angenehm überrascht davon. Hätte ich nicht gedacht mit der Zielstrebigkeit. Ja, also muss ich auch sagen, begeistert. Und deswegen sind wir auch heute hier. Nicht nur, um jetzt sagen wir mal moralisch zu unterstützen, sondern auch Hand anzulegen. Ja, und läuft wunderbar. Christian Otto war im Jahr 2003 bei der Abschiedsfahrt des SVT durchs Elbtal auf dem Führerstand. Ritter und Otto sind schon ein wenig mit dem Zug verwachsen. Wir kennen den Zug von innen. Wir wissen, was eventuell an Überraschungen nach kommen kann. Aber da lassen sich beide nicht dran stellen. Sie sagen, hau ruck, wir fangen erstmal an, sonst wird nichts. Also bin ich sehr überrascht, vor allen Dingen, weil auch jüngere Kollegen da sehr interessiert sind und sich der Sache annehmen. Und das ist natürlich für uns Ältere, die wir dann schon die Erfahrung dann weitergeben können. Eine super Sache. Jung und alt gemeinsam. So klappt das schwierige Kuppelmanöver auch an diesem Tag in Dresden. Mario Lieb ist derweil mit seinem Privatwagen nach Klostermannsfeld in Sachsen-Anhalt gefahren. Zur Bahnwerkstatt Malowa. Im Kofferraum und im Anhänger hat er Kupplungen des SVT. Damit es wieder am Zug eingesetzt werden kann. Das kann ich Ihnen versprechen. Das ist nicht das erste Teil, was wir versauen. Auch das kriege ich mal hin. Ich hole mal die Kollegen zum Ausladen. Geschäftsführer Gerhard Kellner und seine Mitarbeiter haben sich auf die Reparatur von alter Eisenbahntechnik spezialisiert. Die Aufarbeitung der sogenannten Scharfenberg-Kupplungen, für sie nichts Besonderes. Sieht besser noch aus als die andere? Aber das kriegen wir schon. Da haben wir großes Vertrauen in Sie. Sie wissen doch, rein äußerlich, wir strahlen das und dann wird das geprüft. Und wenn das dann wieder in Lack liegt, dann sieht das aus wie neu. Kosten wird die Aufarbeitung nichts. Eine Spende von Gerhard Kellner und der Malowa. Ähnlich geht es mit Lampen aus Wurzen, Lack aus der Schweiz oder Sitzbezügen aus Limbach-Oberfrohna. Unterstützer von überall her verbinden ihre eigenen Geschichten mit dem Zug. Auch Roland Skupin aus Görlitz. Als Schüler hatte er UTP im Waggonbauwerk, seinen Unterrichtstag in der Produktion. Und da bin ich auch in einem hinteren Teil des Waggonbaus auf ein Fahrzeug gestoßen, was ich noch nie gesehen hatte. Ich habe mir dann hinterher erklären lassen, was es ist. Und heute weiß ich also, das war der Prototyp des SVT, der damals gebaut worden ist. Und das war die blanke Karosse des Triebkopfes, die dort stand. Da war also nichts dran, nur das äußere Blech. Es war innen noch nichts ausgebaut. Also so, wie ich mir eine leere Autokarosse vorstelle. Man hatte drin gestanden, da wusste man überhaupt nicht, was wird denn das hier werden? Wird das ein Schiff oder wird das ein Flugzeug? Oder was wird das eigentlich für ein Fahrzeug? Also das war irgendwie ein Erlebnis, das hat sich eingeprägt. Und wir haben also zu damaliger Zeit dann mit unserer Familie auch unmittelbar zwischen den beiden Werken gewohnt. Werk 1 und Werk 2. Und dort waren also auch Rangierarbeiten, die dort stattgefunden haben. Und ich habe eigentlich dort alle Züge, die im Waggonbau gebaut worden sind von dem SVT, habe ich dort hautnah miterlebt. Ich habe eigentlich, wie gesagt, alle Fahrzeuge dort gesehen. Der Bahnfan ist auch Mitglied im Görlitzer Modelleisenbahnverein. Bei einer großen Ausstellung haben sie einfach einmal eine Spendenbox für den SVT aufgestellt. An dem ersten Abend dachte ich, ich bin dort im falschen Film. Da lagen 50-Euro-Scheine drin, 100-Euro-Scheine lagen da drin. Wo ich dachte, ja gut, wenn du mich in einen 10er oder einen 20er reinschmeißt, okay. Da sind viele, viele Leute, die darauf warten, dass dieser Zug wieder ans Rollen kommt und wieder fährt. Dazu muss die Finanzierung klappen. Ingo Camossa und Mario Lieb haben 555 Lose für jeweils 55 Euro ausgeschrieben. An diesem Samstag, Anfang März, werden sie verlost. Also es gibt ja dieses Crowdfunding aus dem Englischen. Und da kam einfach mal die Idee, Crowd, wir sind ja auch für viele die Krauts, die Deutschen. Und da haben wir gesagt, da machen wir mal Deutschunterricht und machen aus dem Englischen ein halbdeutsches Wort. Das Crowdfunding haben wir ja auch da beworben. Also Crowdfunding mal richtig. Da haben wir diesen Kohlkopf und vielleicht die Besonderheit der ganzen Geschichte ist, dass wir es auch wirklich alleine gemacht haben. Schnell sind alle Lose verkauft. Jetzt werden 25 glückliche Gewinner gesucht. Sie können sich auf ein großes Ereignis freuen. Ein Sitzplatz bei der Eröffnungsfahrt des restaurierten SVT Görlitz. Ich bin eigentlich stolz auf den Zug, dass der wieder gemacht wird. Ist ja mit so viel Arrangement und Herzblut gemacht. Finde ich schön. Das war Herzenssache, wirklich das ist Herzenssache. Und Sie denken, dass die das hier auch hinkriegen? Auf alle Fälle. Sonst würden wir das nicht, das würden wir nicht mitmachen sonst. Mario Lieb denkt schon weiter. Er will Fördermittel beantragen. Dafür müssen sie einen Prozentsatz an Eigenmitteln aufbringen. Und dann brauchen wir Großspender, Paten für Fahrzeuge und Komponenten, damit wir auch diese Eigenmittel dann beibringen können, um den Zug wieder auf die Schiene zu bringen. Wann, das ist derzeit nicht planbar. Aber das, davon ist Ingo Kamosa überzeugt. Die Resonanz der Freunde des Zuges, der Unterstützer, die geben uns unheimlich Auftrieb. Sie beflügeln uns, weiterzumachen. Das heißt, je mehr Leute hinter uns stehen, desto mehr haben wir Energie, um dieses Projekt weiter voranzuschienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017